Ich verstehe das Ganze nicht. Vielleicht von der anderen Seite. Ich muss mir das Schaubild nochmal angucken. Hey, ich kriege die Krise. Also, wieder retour. So, also. Ja, vielleicht muss ich einfach alles hier reinpumpen. Vielleicht komme ich da rum raus. Testen wir. Aber das bleibt mir gar nicht übrig. Äh. Das heißt, wir pumpen jetzt. Das ganze Wasser mal nach Westen. Ich habe es durch die Pumpstation geschafft. Am Arsch habe ich es durch die Pumpstation geschafft. Ich muss ja hier noch raus. Komme ich jetzt hier auch raus? Gucken. Und wo ist das fucking Vieh? Ja, ich komme nämlich jetzt hier nicht mehr raus. Das heißt, ich kann oben vielleicht den Strom abschalten. Dann geht der... Geht das vielleicht? Ich auf der anderen Seite lang kann. Kann ich hier den Strom abschalten. Äh. Okay, das ist jetzt geil. Acht, Strom ist schon aus. Guck mal. Das hat zwar noch gebitzelt, aber... Das hat zwar noch gebitzelt, aber... Hä? Ah, guck mal. Hier kann ich aufladen. Aber hier geht es jetzt auch nicht weiter. Ist auch sonst nichts, oder? Gehe ich noch weiter runter? Ja, das ist ja. Nein, 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 nein No more shame, never again. Let them look, let them see, let them know, let them feel our pain! Mine! It all ends in me! Ja, super! Ja, äh... Hä? Hä? Muss ich jetzt einfach hinrennen oder was? Dann kriegt er mich doch erst recht, oder? Wo bin ich jetzt wieder? No more hell. No more coal. No more shame. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel our pain! Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich renne jetzt einfach. But it all ends in me. Hä? Geisterwelt, Geisterwelt, Geisterwelt? RT drücken, aber das Vieh kriege ich doch dadurch nicht weg, oder? Kann ich nur mit ihr da durch? Nein! Ich probiere jetzt mal was anderes. Ja, komm, laber. Ob das geht, was ich jetzt vorhabe? Alter... Nein! 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 Schluss! идte sie zu sehen! Loser sie zu sehen! Loser sie zu wissen! Loser sie zu fühlen! Loser sie zu fühlen! So geht's. Nichts wie raus hier. Alter. Du bist hier. Ich kann es fühlen. Nein. Nicht das zu mir. Börter zu einem Krisp. Ich glaube, ich sollte einen Sparen suchen. Ja, super. So viel durchgestrichen, weiß ich. Glaube ich zu wissen, die Mächte kommen vom selben Ort, aber sie können sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Sie scheint an beiden Orten zu existieren, als ob ihr Geist zwei Körper gleichzeitig bewohnen kann. Was immer ihr an einem Ort geschieht, wirkt sich auf den anderen aus. Sieht sie die Grenze zwischen den Orten oder sind sie ein und derselbe? Eine neue Hypothese, der Tod lichtet den Schleier zwischen den Welten, sodass sich ein neugeborener Geist niemals spalten muss. Er gibt das Sinn? Auf eine beschissene, seltsame Weise. Aber machen kann ich hier nix, nur gucken. Okay? Hey, ich kenne diesen. Er war einer meiner Favoriten. Das ist auch das, äh, die Motte drauf von, äh, hier schweigen der Lämmer da unten. Hallo, ich brauche eine Sicherung. Ist there any Sicherung out there? Please? Willst du jetzt zurückgehen, oder was? Ach, guck mal. Was ist denn hier? Oh, yes. Nicey. So, die Tür hier. Ja, super. Okay, dann setzen wir mal die Sicherung wieder ein. Tupitupitupitu. Halt, da geht's lang. Ah, shit. Too much power. Was untersuchen die Unterkünfte? Nice decor. Very, uh, minimalist. Da ist ein Spiegel. Sonst aber doch, woher mal hier liegt was. Mold. It looks pretty fresh. Someone's been here recently. Hm. If I find enough pieces, I might be able to get to the other side. Super. If I find enough pieces. Es ist jetzt still. Nur ich und sie. Nur ich und sie. Es fühlt sich seltsam an, aber auf eine gute Art. Wie es sein sollte. Ich genieße das besser, solange es geht. Ich habe bereits damit begonnen, die Werkstatt ins Hotel zu verlegen. Wenn etwas passiert, will ich nicht, dass sie in ihrer Nähe ist. Ich gehe bald hinein, um ihn zurückzuholen. Das kann nur eines von zwei Enten nehmen. Entweder kommen wir beide zurück oder niemand von uns. Da liegt eine Scherbe. Okay. Hier ist eine. So weit ist es so gut. Das mache ich lieber aus. Erstmal Pipi machen gehen. Apropos Pipi machen gehen. Ich glaube ich. Warte mal. Ist hier. War da eben auch noch was in dem. Da unten in der Waschmaschine. Ne. War nur so aus, weil da auch sowas geleuchtet hat. Architektur, Bücher? Ist hier irgendwo irgendwas? Ja. Sie hätte mich heute beinahe gesehen. Mich gespürt. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss Abstand halten. Durchgestrichen? Es ist nur durchgestrichen. Ich habe. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an sie denke. Durchgestrichen? Ich glaube. Ich weiß, dass es das Richtige war, sie im Krankenhaus zu lassen. Es ist besser so. Es geht ihr besser so. Aber ich denke ständig an den Tag, an dem es endlich soweit ist. An dem sie entdeckt, was sie wirklich ist. Sie wird verwirrt sein, Angst haben. Ich sollte für sie da sein, damit sie alles versteht, um ihr zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Nein. Sie wird es schaffen. Sie ist stark, genau wie ihre Mutter. Ich glaube, er redet von mir. Visitenkarte, Bestattungsinstitut, Jack Orkin. Nein. Don't. Ja, aber wohl doch, anscheinend. Scherbe. Wie viel waren es? Ich glaube, es waren nur die zwei, oder? Das war definitiv Thomas' Arbeitsplatz. Ich kann die Determination sensieren. Was er auf dem, was er arbeitete, hat er es wirklich alles gegeben. Warst du versucht, das Monster wegzuholen zu lassen? Oder um deine andere Selbst zurückzuholen zu bekommen? Hypothese. Noch einen traumatischen, was? Nach einem traumatischen Erlebnis kann sich die Seele in zwei getrennte Einheiten aufspalten, um den davongetragenen Schaden, durchgestrichen, auszuhalten, zu lindern. Beobachtung. Diese Einheiten können einander freundlich, durchgestrichen, wohlgesinnt bleiben oder sich feindlich gegenüberstehen. Wie zerstört man die eine Hälfte, ohne die andere zu verletzen? Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö. Der raucht Sabbat. Hexensabbat. So, und hier geht es dann, äh... Normally raus, oder? Oder warte mal, wir gucken mal. Nahtriumchlorid, also Sodiumchlorid. Puh, ja. Salz. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Ein bisschen Alchemie, etwas Spiritualität, das ist alles. Die Märchen sind anscheinend doch wahr. Egal. Der Raum ist breit und er funktioniert. Er funktioniert wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich ganz allein sein. Es ist einfach so verdammt schön. Gibt es sonst auch nichts mehr? Gut. Oh ja. Oh, she'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. I don't eat up eat it. Little windows into the world. It's something I guess. Sunshine doesn't really translate to text though. Again with the salt. The whole room is lined with it. Um das Monster draußen zu halten vielleicht. Aber ich glaube, ich habe alles, was ich brauche, oder? Wir gehen mal zurück und setzen mal die Scherben ein. Wo waren das hier, glaube ich, gell? Ja. Ich glaube, das sind nur ein paar mehr. Ja, drei. Verdammt! Äh... Die wahrscheinlich, ja? Ja, und die fehlt noch. Ach, alter! Euer Ernst? Na ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. float.